hier bin ich im zimmer schlafen aufwachen wc-raum toilette gegen pipi kaka machen sauber machen und dann toilette spülen jetzt bin ich hier am waschbecken hände waschen gesicht waschen richtig gründlich und abtrocknen auch richtig gründlich dann putze ich mir die zähne wie ihr seht auch richtig gründlich und dann ausspülen abtrocknen jetzt bin ich in meinem zimmer handy spielen wie ihr seht dann essen und trinken bin ich dabei dann bin ich wieder in meine wohnungen kommen im wohnzimmer konsole spielen wie ihr seht und fernsehen gucken serien wie ihr seht richtig lustig jetzt bin ich im wohnzimmer am laptop hier zu sehen jetzt bin ich beim duschen ok und jetzt zeige ich euch hier meine schule in der ich als schüler tätig bin hier die schulspinde und hier die schulcafeteria jetzt hier die gänge die schulflore wie ihr seht die treppen die aussichten usw und das alles hier und dann noch viel mehr dann schon viele schulgänge treppen dann bin ich jetzt oben an meine schul angekommen hier musikinstrumente fahrstuhl hier nochmal musikinstrumente für eine band anscheinend dann geht es hier weiter jetzt bin ich klassenzimmer wie ihr seht lehrerzimmer im schulhof bin ich und hier sportplatz von alle und hier zum beispiel für die schulkinder oder generell eigentlich am meisten ja die kleidergerüste wie ihr seht oh ja macht es super richtig gut spaß ok wie ihr seht bin ich von der schule nach hause gekommen und jetzt mache ich meine hausaufgaben von der schule wie ihr seht dann zeige ich euch die auch super gut gemacht hoffentlich nur zu 1 sehr lange gebraucht jetzt bin ich hier mit meinem skateboard im zimmer jetzt bin ich draußen mit dem skateboard einkaufen mit meinem skateboard essen trinken auf meinem skateboard und jetzt mache ich meine hausaufgaben auf meinem skateboard schreiben 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 sehr ordentlich bin ich bin fertig mit dem hausaufgaben ja die war nämlich gut und jetzt skate ich auch mit meinem skateboard in meinem zimmer wie ihr seht jetzt duschen mit meinem skateboard jetzt bin ich auch zu zweit mit meinem skateboard und jetzt erzähle ich was über meinem skateboard nämlich dass ich es vor sehr vielen jahren geschenken bekommen habe kostenlos und sogar genau so ein wollte und mir gefällt das skateboard finde super cool das skateboard ja jetzt bereite ich das essen vor um es dann zu essen ein burger selbst gemacht seht ihr ja von mir das das rezept und jetzt esse ich auch das burger super cool hier bin ich beim mac fit für meinen ganzen körper trainieren wie ihr seht muss hier sein man muss hier richtig viel gut sport machen um richtig fit zu sein viel muskel zu haben und so weiter damit man alles was schwer ist richtig leicht machen kann mit muskeln und die sachen die sachen die leicht sind man auch ohne muskeln machen kann aber weil ich ja schon das kann will ich ja das andere tun wie ihr jetzt hier beim sport auch seht es macht auch richtig super gut spaß und das kann ich ja auch wie ihr jetzt hier seht richtig viel sport alle trainingsgeräte meistere ich und das kann ich auch habe ich auch geschafft ich bin im essen beim zimmer und trinken mein zimmer jetzt bin ich im wohnzimmer fernsehen gucken und videospiel spielen auf meine konsole im fernsehen japan jetzt bin ich mein zimmer angekommen bereite mich vor für zum nachdaußen gehen fernsehen japan fußball essen trinken eingepackt und basketball nehmen somit jetzt bin ich auch noch komplett angezogen dass ich noch rausgehen kann also werde wie ihr seht ich bin hier draußen jetzt ein platz ankommen basketball fußball das ist dieser Platz hier und jetzt bin ich hier auf einer Bank tue Essen, Trinken und mich vorbereiten weiter zu laufen wie jetzt ihr seht ja wie jetzt ihr seht laufe ich weiter, jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen auch ein bisschen rumlaufen die Natur genießen, frische Luft ja wie jetzt ihr seht bin ich am Spielplatz angekommen meiner Kindheit der Spielplatz ist im Quadrat H6 und deswegen heißt es H6 Spielplatz aber der Spielplatz heißt anders, aber wie weiß ich nicht mehr oder gar nicht Hauptsache ist hier ein Spielplatz und da bin ich jetzt auch drin, wie jetzt ihr seht, die ganzen Accessoires und so weiter die ganzen Sitzplätze und Kettegerüste die ganzen Ein- und Ausgänge wie jetzt ihr seht hier die Natur und so weiter die ganzen Kettegerüste mal wieder ja hier mal wieder Sitzplätze und dann den Weiten ein bisschen besser zu sehen alles irgendwie ja hier die Wendeltreppe und hier ein kleiner Sportplatz aber noch kleiner und hier eine Rutsche werde ich jetzt auch runterrutschen ja, wie jetzt ihr seht dann hier die ganzen Sachen wenn es regnet es regnet jetzt ziehe ich mich um beziehungsweise anders an um dann rauszugehen zu Kaffee Filsbach ein Chillout um zu beruhigen hier die ganzen Sitzplätze der Tresen Bücher wieder Sitzplätze Bücher und der Tresen mal wieder ja jetzt hier zum WC Raum wie jetzt ihr seht dann hier mal wieder die Tresen aber so richtig zu sehen seht ihr da seht ihr dann mich am Handy spielen jep ok hier sitze ich auch und jetzt bin ich beim Buch lesen Wasser trinken und ja jetzt bin ich hier zu Hause angekommen jetzt bin ich hier in meinem Kauflandladen angekommen hier der ganze Laden zu sehen wie ihr seht die ganzen Sachen dauer Mann im Kaufland geht um Sachen einzukaufen die haben aber gar schon viele Sachen Lebensmittel und Elektrosachen und Accessoiresachen das hat nicht wirklich jeder Laden aber Kaufland schon deswegen zeige ich euch dass es auch es auch wirklich so ist die drei Sachen die ich vorher erwähnt habe und ja Sachen gibt es hier viele Sachen vielleicht sogar mehr aber wie ihr seht schon viele Sachen da die Kasse und naja das war es auch ok wie ihr seht bin ich am Freizeit Spielplatz ankommen das da wo man skaten kann da zeige ich euch die ganzen Sachen Toiletten Liegstücklos Sitzplatz Bushaltestelle und Tischrennisplatz die Sonne Mülltonne der ganze Platz hier Parkplätze Autos und hier der Friedel hier bei diesem Platz seht ihr hier hier das lila Haus wo man Getränk kaufen kann Sachen ausleihen kann dann hier so ein Sportplatz die Korbe und plus und ja ausleihen Getränke und ich mache mir jetzt fertig für Skateboard fahren da habe ich noch Schusskleidung angezogen ich will mich ja nicht verletzen ok ein super cooler Chillplatz wie ihr seht jetzt bin ich hier am Neckarstrand angekommen da zeige ich euch alles auch ein richtig super cooler Platz hier WC Raum erstmal ja seht ihr ja alles super perfekt da seht ihr mich jetzt bin ich hier draußen schon wieder und dann zeige ich euch den Neckarstrand Platz hier ganz schön viele Sitzplätze wie ihr jetzt hier seht und ja die ganzen Leute die auf den Sitzplätzen sitzen ja ok hier hier der ganze Sandstrand was eigentlich Kies ist und hier die Bar für Essen Trinken kaufen hier auch wieder Sitzplätze da wieder Leute da wo die Leute auf den Sitzplätzen sitzen dann hier Sitzplätze ja die Zäune und hier der Fluss und hier der Strand da seht ihr mich beim Sitzen jetzt hier wieder Sitzplätze viele ja da ist schon wieder die Bar und hier die Wege ok jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen ihr seht dieser Eingang und jetzt bin ich auch hier im Luisenpark drin und hier die ganzen Pflanzen die ganzen Wege und so weiter da bin ich jetzt und da geht es hier auch weiter die ganzen Spielplätze die ganzen Spielplätze wie ihr jetzt hier seht oh ja da seht ihr wieder mich jetzt hier China Palast ja wie ihr jetzt hier seht die ganzen Tiere und hier die Pflanzen richtig cool da seht ihr wieder mich und jetzt bin ich hier an der Gondoletta drin und zeige die Gondoletta Reise ja hier bin ich an der Gondoletta gewesen jetzt bin ich am Spielplatz da seht ihr wieder mich und jetzt seht ihr nur noch mich hier die Pflanzen dann seht ihr wieder mich der ganze Luisenpark halt jetzt bin ich hier zu Hause mal wohnen und komme in meinem Zimmer und äh ruhe mich erst mal aus jetzt bin ich hier am Handy spielen wie ihr jetzt hier seht wow ok es macht auch richtig super gut Spaß ist ja klar und dann zeige ich euch noch kurz meine Sachen ja das alles auf meiner Tierwand hängt wenn ich sofort anziehen will und dann meine Ausgaben jetzt seht ihr mich ja dann mache ich noch kurz Sportaufwärmung ja dann bin ich jetzt beim Duschen und jetzt habe ich mich anders angezogen jetzt bin ich wieder am Handy spielen ja ich muss ja was in meiner Freizeit machen weil ich nichts anders mache und all das wie zum Beispiel jetzt auch essen was ja klar ist was schmeckt super gut als ich es gegessen habe ja aber seht ihr das äh das sogar beim Trinken Spaß macht ok und äh klar wieder beim Handy spülen aber die Klamotten ich jetzt angezogen habe sogar immer noch super cool Style ja ja und jetzt bin ich hier draußen in der Wildnis beim Zelt übernachten Camping ja jetzt bin ich auch hier drin habe ich schon vorher gegessen habt ihr ja gesehen jetzt esse ich und trinke ich wieder muss ja sein ist ja auch jetzt egal eigentlich vielleicht auch nicht aber dann seht ihr mich jetzt beim Handy spielen ist ja klar Musik hören oder einfach nur Töne und trotzdem Handy spielen ist auch eigentlich jetzt egal egal so dass jetzt egal Hauptsache ich tue es ja dann mache ich Toilette und jetzt schlafe ich und jetzt bin ich wieder am Handy spielen wie ihr seht alles klar das ist auch super richtig gut sowas von Spaß macht es nicht beim Schlafen dann seht ihr jetzt hier mich wie ich jetzt Fernsehen gucke in der Serie Hi Kari aus meiner Kindheit wirklich immer noch richtig super lustig zumindest diese Folge und das ist ja ja okay dann war es das auch mit der Folge ja jetzt bin ich mal Konsole spielen mit meinem Playstation Controller GTA 5 richtig super gutes Spiel spiel ich eine Mission macht auch richtig super gut Spaß so was von cool dann seht ihr mich mit meinen Accessoires tragen und Buch lesen auf der Couch und wie ihr jetzt hier mich seht bin ich wieder mal am Freizeit Handy spielen auf der Couch ja macht auch richtig super gut Spaß und jetzt lese ich hier ein Buch mal was Neues mal was Neues eigentlich schon man muss ja was auch über der Welt erfahren wenn man auf der Welt ist und wie ihr seht tut es ja auch ich und es ja und anscheinend hat es Spaß gemacht und jetzt esse ich Chips ich merke auch richtig super gut hier mein Aussehen mal Versuch halt ja wie ihr seht bin ich wieder beim Männisch spielen Musik hören und Essen Trinken Stereo Musik hören mit einem aufgedruckten Pullover wie ihr jetzt hier seht jetzt bin ich hier draußen mit meinem aufgedruckten Pullover wie ihr seht wie ihr seht richtig cool also dass ich draußen bin und der Pullover auch super cool ist ja und jetzt bin ich hier zu Hause Handy spielen Musik hören mit meinem aufgedruckten Pullover gemalt Clowns Gesicht essen Stereo Musik hören dann bin ich jetzt hier draußen mit meinem aufgedruckten Pullover seht ihr ja hier ja super jetzt bin ich auf der Couch und äh cool was auf der Couch gemacht werden kann und wie ihr es hier seht bin ich im Auto auf der Autoreise durchfahrt nach irgendwo hier seht ihr mich im Auto sitzen anschnallen und der Hintergrund sich bewegen seht ihr es hier klar Video und jetzt seht ihr die Autoreise von der anderen Kameraperspektive cool cool hier dann noch meine Roomtour wie ihr es hier seht zeige ich euch alles was ich äh zeigen kann und auch zeigen werde wie meine Wohnung aussieht so zu sagen hinter den Kulissen also eigentlich ja und ja die ganzen Sachen und so weiter mit denen kann man in einer Wohnung oder Haus nur noch leben und essen trinken ja sowieso aber alles was in Wohnung oder Haus ist braucht man um zu leben vollkommen egal was genau das habe ich wie ihr seht ganz schön viele Sachen ist ja auch klar so viele Sachen dass Sachen ich noch gelungen Platz habe aber nicht für weitere andere Sachen jedenfalls nicht mehr ja die ganzen Sachen hier habe ich auch alles ich brauche jetzt also nichts anderes das seht ihr ja auch hier jup dann hier die ganzen Sachen und so weiter jetzt im anderen Raum da auch die ganzen Sachen um zu überleben mit den Sachen was zu machen um dann weiter leben zu können das sind aber auch ganz schön viele Sachen wie ihr jetzt hier seht hier dieser ganze Raum mit den ganzen Sachen und jetzt hier dieser andere Raum mit den ganzen Sachen wie ihr jetzt hier seht jup und so weiter mit so vielen Sachen muss man halt rechnen dass man die harten braucht um zu überleben so viele Sachen Sachen gar nicht mehr geben kann aber ich habe ja alle diese Sachen seht ihr ja und es macht auch richtig supergut Spaß sowas zu haben die hat ja sowieso jeder oder oder fast jeder alle Sachen schlafen ... ...